Kommen wir nun zu einer absoluten Weltpremiere. Hier im weihnachtlichen Neo-Magazin Royale Hausmusikboom, der festlichen Adventschlager. Der erste Live-Fernsehauftritt von drei absoluten Shootingstars. Feuilleton, Musikkritiker und Fans überschlagen sich gleichermaßen vor Begeisterung über die erste Cloud-Rock-Band der Europäischen Union. Ihr erstes Album, Ein starkes Team, war 2018 mit großem Abstand das erfolgreichste Album auf Twitter, Instagram und Facebook. Mit ihrer neuen Platte Übergriff schafften sie sogar auf Anhieb den Sprung nach Großbritannien und Amerika. Seit zehn Tagen ist dieses Ding hier draußen, ihre neue LP, Europa. Meine Damen und Herren, zum ersten Mal außerhalb des Internets Legenden, Kurt Prögel, Dax Werner und Susi Bums, zusammen sind sie, The Screenshots, mit ihrem Spotify-Click-Hit, Google Maps. Meine Meinung viel zu viel, ich schrolle auf der Karte bis zu dir. Auf Google Maps, da gibt's einen Ort und da wohnst du. Auf Google Maps, da gibt's einen Ort und da wohnst du. Ich bin wieder in Bedrängnis, doch egal, mir geht's gut. Der liebe Gott kennt meinen Namen, der liebe Gott mag Rock'n'Roll. Was sind 15 Euro gegen die Ewigkeit? Ich fahr und ich fahr und ich fahre nicht mehr weit. Auf Google Maps, da gibt's einen Ort und da wohnst du. Auf Google Maps, da gibt's einen Ort und da wohnst du. Auf Google Maps, da gibt's einen Ort und da wohnst du. Auf Google Maps, da gibt's einen Ort und da wohnst du. Auf Google Maps, da gibt's einen Ort und da wohnst du. Auf Google Maps, da gibt's einen Ort und da wohnst du. Die Screenshots!